Ach du heiliger Dreck Ah ne, da lauf ich bestimmt näher rüber, alter Da lauf ich bestimmt näher rüber Alter, das ist irgendein komisches Gebäude hier Aber ich hab keine Ahnung wie ich da rin komme Heute mal ohne Dani, genau Heute bin ich mit meinem Vater mal unterwegs, der ist da hinten Der wollte sich das auch mal angucken Ich hab kaum noch Akku auf mein Handy und das ist so spontan, dass wir jetzt hier nochmal ran gefahren sind Ach du heiliger Dreck, das ist ja irgendein Ich weiß nicht, was das für ein Gebäude ist, also das soll Irgendwie so ein Tut mir leid, kein Plan Und die Frage, wie komme ich jetzt da rüber Hier lagen auf jeden Fall Maschinen Aber Oh Gott Jo, das ist das Gebäude, aua Das ist das Gebäude hier Komm mal Okay, das war ein Stacheln Da hab ich schön festgehangen gerade Oh, der hat meine neue Jacke kaputt gemacht Was für ein Waggon Ich sehe keinen, ich suche hier gerade einen Einjang Aber ich finde hier überhaupt keinen Einjang in das scheiß Gebäude Ja Boah Hier Die liegt irgendwie hier drin, aber Ach du Scheiße, da sind die hier drin Ich hab einen Einjang gefunden Ich hab einen Einjang gefunden, ja Ja Hier sind bloß noch Lohn nicht, dass ich... Ach du Scheiße Ach du heiliger Dreck Hallo Da hinten muss ich hin Bloß wie komme ich jetzt da hin Oh Der musste jetzt erstmal rauchen Hier vorne, hier ey, hier, ich bin hier Hier ist ein Tor, hier kannst du rennen Ich hab doch hier so ein Turm hier sehen Mein Vater ist ja auch dabei, ja Wie immer Ne, heut mal Oha, eine Treppe Warte mal Mal gucken hier Ja, hier ist eigentlich gar nicht Ach du heiliger Okay Ich würde sagen Aber hier ist jetzt mit der Treppe eine Dusche Eine Dusche Überall wo wir sind, sind Duschen Ja Hygiene ist auf jeden Fall sehr wichtig Falsch Falsch Hier ist eine Treppe Ja Da geht auch hoch Mach ich Oh Gott Ja, Taschenlampe habe ich leider nebenbei Das ist halt ein Problem Aber so dunkel ist es hier auch nicht Äh Moment Hält mich das Hält mich das Das hört ich jetzt ja noch Oh du Scheiße Bin drauf Ich hoffe das kriegt nicht ein, Alter Da hätt's raus Das ist jetzt dieses Gebäude oder was Okay Okay Na gut, mehr ist hier auch glaube ich gar nicht, wa? Geht hier nur nach oben Ach du Scheiße Ey, ich hoffe das Alter, nee Wollt ihr mich umbringen? Nee 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 Ey Alter, ich trau mich hier überhaupt nicht rüber Nee Okay, da ist die Straße Da ist das Dorf Ey, ich trau mich überhaupt nicht rüber Ey, ich trau mich überhaupt nicht rüber Was ist hier hinten? Ich will nicht wissen Alter, ich hab richtig Schiss Ich hab Schiss Da hab ich die Angst Ey, weg du Scheiß Scheiß Fenster hier Okay Leck mich doch am Arsch Nee, ich muss zurück Scheiße Aber ich glaub das kackt nicht ein, oder? Okay Das war's Ich bin wieder unten, hier ist nichts mehr Jetzt geht ja Spaß mit der Leiter los Die bewegt sich Gut Gut Wo ist mein Vater hin? Ey, hier geht's nur runter Nee, doch nicht Ja, man sieht hier nichts Ist dunkel, ich sehe gar nichts Wo ist der hin? Ja, wow, mehr ist hier nicht Ja, nur so ein kleines spontanes Video Mal gucken, ob man nichts hochladen Was ist denn hier? Uah Das für ne Scheiße hier Das für ein schwuler Schirm Okay Ich würd sagen, das war's Mehr ist hier nicht Ist hier noch was hinten Außer den Zaun und Was sind das für Hütten? Das war jetzt das Gebäude Ach, da hinten sind noch Hütten oder so Normale Häuser Warum ruft mich? Mich ruft gerade einer an Na gut Das war's Heute mal ohne da an Jans spontan hierhergefahren Ich war ja mit meinem Vater gerade Verwandte im Harz besuchen Wir waren im Harz Und da sind wir jetzt noch mal hier auf der Schnelle Das ist jetzt hier in der Cieser Cieser oder wie das heißt Cieser Wenn du von Magdeburg kommst, ist nicht weit weg Wo bin ich jetzt hergekommen Da oben waren wir drinnen In das Ding In das Gebäude Ach, hier sind die Stachel, ne? Ja, geil Ja Sind die, sind die zurückgegangen? Cieser, Alter Wie soll ich denn hier runterkommen? Du Scheuerstock Ich war da ganz oben, ja Boah, diese Scheiß Was denn? Ja Ich weiß ich nicht, aber da oben war so ein Also was ist denn ein alter Lockschuppen? Ich kenn die Dinger aber anders Ist aber nur so ein kleiner, wa? Ja, da oben drin war ich Das ist ja ganz schön groß Ey, da oben das letzte Hab ich Angst gehabt, dass das einbricht Das war da so, kannst du ja angucken Hab ich ja auf Video gemacht Ja, das war wenig verwachsen Aber du hier warst, das ist doch schon ewig her, oder nicht? Ja, 20 Jahre Da waren die Schienen bestimmt unter da, wa? Ja, da war ich so alt wie du Naja Ja, jetzt konnte man hier noch hin Im Sommer nachher scheiße mit den ganzen Viechern Ja Ja, kann man mal machen Ey, sind die Bunker hier, oder wat? Nee, das ist so ne Laderampe hier Hier haben sie doch Panzer und sowas verladen Die schienen hier noch zur Munitionsfabrik Kann man da auch noch hin? Ja, da kann man auch hin, klar Wo ist denn das? Ist das weit? Ich bin auch in so ein Ding drin Ey, pass auf hier Ich bin auch in so ein Ding drin gelatscht Das ist ja gut, aber das ist das Gelände Okay Aber... Da sind Bunker, da haben sie Munitionen, oder? Da kann man noch hin, oder wat? Nee, das ist Gelände, da kann man nicht Ey, ich wollte das über diese Platte da rüber, ne? Ja, stimmt Das mach ich bestimmt nicht Die knallt zusammen Bis zum